Hallo Freunde, heute nehme ich euch mit nach Gelnhausen, Barbarossastadt, mitten im Main-Kinzig-Kreis und ich werde mich jetzt gleich mit Volker Schneider von VSCOS Photography treffen und wir werden ein gemeinsames Shooting-Event veranstalten. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob er schon da ist, weil ich bin heute mal wieder ein bisschen spät und dann erzähle ich euch gleich auch mehr darüber. Wie versprochen haben wir jetzt hier den Volker Schneider, den ich euch heute vorstellen wollte, von VSCOS Photography. Mit dem zusammen veranstalten wir heute das erste Fotoshooting-Event in Gelnhausen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Und ich freue mich riesig darauf, was da kommt heute auf die Leute, die da kommen und was da abgeht. Ja, dann erzähl doch mal den Fans, was wir so ein bisschen geplant haben. Wir haben geplant, uns erstmal hier zu treffen. Das ist das eine. Dann halt, die Mädels haben extra Visagisten engagiert, die halt dann die Mädels schminken, frisieren etc. Und werden dann mit den Mädels und verschiedensten Fotografen, Top-Fotografen sind dabei, hier im Stadtgarten von Gelnhausen ein Shooting-Event machen. Das heißt, wir werden die Models fotografieren in verschiedensten Posen, in verschiedensten Outfits. Die Models werden sich öfters umzwingen. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Gut. Man muss dazu sagen, die Models und die Fotografen haben jetzt rein auf den Main-Kinzig-Kreis beschränkt. Aus gutem Grund. Um einfach auch mal ein Netzwerk aufzubauen, was hier aus der Region ist und um weitere Fahrtstrecken auch mal vermeiden zu können, neue Kontakte aufzubauen und mal gucken, was da rauskommt. Also, seid gespannt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, im Rahmen dieses Shooting-Events kommt man um das ganze Gerenne nicht umher. Aber ich habe auch noch ein kleines Schmanggeld für euch. VSCOS Photography hat heute noch eine Hochzeit für euch. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen und gucken mal, wo der Volker mit seinen Leuten umherspringt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.